In dieser Woche geht es im Cities Skylines 2 Devlog um das Zoning Tool und Signature Buildings, also die Wahrzeichen in Cities Skylines 2. Wie jede Woche schauen wir uns alle Neuerungen an und wenn ihr auch in Zukunft davon nichts verpassen wollt, lasst gerne eine Bewertung und ein Abo da. Genau wie in Cities Skylines 1 müssen wir bestimmte Bereiche in unserer Stadt festlegen, auf denen dann Gebäude automatisch errichtet werden können, sobald genug Nachfrage in der Stadt vorhanden ist. Genau wie in Cities Skylines 1 können große Bereiche oder ganz feine Strukturen mit bestimmten Zoning Typen markiert werden. In Cities Skylines 2 gibt es zu Release zwei verschiedene Themen, also Gebäudestile, in denen Gebäude dann errichtet werden können. Einmal amerikanisch und einmal europäisch. Beim Erstellen der Map kann ein grundlegender Baustil ausgewählt werden, jedoch kann jeweils beim Zoning ein bestimmter Baustil eingestellt werden, sodass auch in einer Stadt mehrere Gebäudestile möglich sind. Genau wie in Cities Skylines 1 gibt es in Cities Skylines 2 verschiedene Zoning Typen. Neben Wohngebäuden, Gewerbegebieten und Industriegebieten sind Bürogebäude jetzt als eigener Typ vorhanden. Jeder dieser Typen lässt sich dann nochmal in Unterkategorien einteilen. So gibt es bei Wohngebäuden Wohnungen mit geringer und hoher Dichte, wie bereits aus Cities Skylines 1 bekannt. Dazu kommen nun Reihenhäuser und Mehrfamilienhäuser mit mittlerer Dichte und gemischte Wohnungen sowie große Mehrfamilienhäuser mit besonders geringer Miete. Eine der wohl besten Neuerungen ist das gemischte Wohnen. Hier sind die Wohnungen nur ab der ersten Etage verfügbar, da im Erdgeschoss Gewerbeflächen angeboten werden. Somit können Gewerbegebiete deutlich einfacher in Innenstädten in Cities Skylines 2 integriert werden. Bei den Gewerbegebieten gibt es, was das Zoning angeht, kaum Neuerungen zu Cities Skylines 1. Hier kann lediglich zwischen geringem und dicht besiedelten Gewerbegebiet gewählt werden. Der Unterschied hierbei ist vor allem in der Größe zu sehen. Während gering besiedeltes Gewerbe zum Beispiel eine Tankstelle sein kann, ist dicht besiedeltes Gewerbe zum Beispiel ein Supermarkt oder ein Hotel. Die Industriegebiete in Cities Skylines 2 sind in Produktionsgebiete und Lagerhallen unterteilt. Was mir hier besonders ins Auge gesprungen ist, ist die enorme Größe mancher Industriegebäude. Mir persönlich gefällt das sehr gut, dass eine große Industrie auch wirklich realistische Ausmaße annimmt und dementsprechend auch den entsprechenden Platz dafür benötigt. Auch gefällt es mir sehr gut, dass die Verschmutzung offenbar nicht mehr wie in Cities Skylines 1 durch Rauch und Nebel über dem gesamten Gebiet dargestellt wird. Auch das Tool zum Erstellen von zum Beispiel Landwirtschaftsflächen sieht grandios aus. So können dynamische Ackerflächen geplant werden, die sich an vorhandene Landschaft und Infrastruktur anpassen. Ein komplett neuer Typ von Zoning sind die Bürogebäude. Diese wurden in Cities Skylines 1 ja noch als Industrie kategorisiert, müssen jetzt jedoch separat erfüllt werden. Hier gibt es ebenfalls geringe und hohe Dichten. Bei Bürogebäuden mit hoher Dichte scheinen die Büros besonders hoch zu werden, sodass diese auch Wohngebäude überragen und die Skyline der Stadt definieren. Die Nachfrage nach bestimmten Typen in Cities Skylines 2 ist ebenfalls deutlich detaillierter als noch in Cities Skylines 1. So gibt es insgesamt sechs Typen an Gebieten, die eine Stadt erfüllen muss. Einmal haben wir die Wohnung mit geringer Dichte, einmal die Wohnung mit mittlerer Dichte, mit hoher Dichte, dann haben wir die Gewerbe, Industrie und Büro. Natürlich hängen diese Nachfragen miteinander zusammen und verändern sich je nachdem, an welchem Punkt sich deine Stadt dann letztendlich befindet. Wenn sich in einem Gebiet mehrere Unternehmen befinden, die mit ähnlichen Materialien arbeiten und ähnliche Produkte anbieten, so profitieren diese voneinander und der Stadtbezirk bekommt einen Spezialisierungsbonus. Diese Spezialisierungen können von dir als Spieler unterstützt werden, indem du Einrichtungen baust, die den spezialisierten Industriebereich unterstützen und indem du die Steuern an diese speziellen Produkte eben anpasst. Bestimmte Bereiche eignen sich in der Stadt besonders gut für Bürgerinnen, andere Bereiche dann mehr für Unternehmen und Industrie. Gebiete mit hohem Bodenwert sind begehrt und ziehen Bürger und Unternehmen an, die große Häuser, Nähe zu Geschäften, Dienstleistungen, Schulen, Arbeitsplätze und schadstofffreie Standorte schätzen. Eine hohe Nachfrage nach einem bestimmten Zonentyp kann die Miete und Grundstückwerte erhöhen. Um den Grundstückwert zu kontrollieren, können Wohnsteuern angepasst und die Einteilung von Zonentypen reguliert werden. Wenn die Bewohner die Miete nicht zahlen können, führt das zum Verfall des Gebäudes und einem weiteren Rückgang des Grundstückwertes. Verlassene Gebäude können von obdachlosen Bürgern bewohnt werden, aber letztlich werden diese dann einstürzen. Der Bodenwert beeinflusst unterschiedliche Wohngebiete auf verschiedene Weise. Wohngebiete mit geringer Dichte werden schnell teurer, während mittlere und hohe Dichte Wohngebiete weniger betroffen sind. Unternehmen bewerten Standorte ein bisschen anders und zwar machen die das anhand von Bodenwerten, wie zum Beispiel Rohstoffen und den Transportkosten für Materialien und Produkte. Die Gebäude in den Zonen sind dann nochmal in verschiedene Ebenen unterteilt und zwar genau fünf. Die den Fortschritt von niedriger zu hoher Qualität repräsentieren und den Wohlstand der Bewohner widerspiegeln. Mit zunehmendem Level oder Höhe des Gebäudes steigt auch der Unterhalt und die Miete dann logischerweise auch. Gewerbegebäude weisen einen geringen Strom- und Wasserverbrauch, rohverkaufte Einheit auf, produzieren schneller und können Waren zu günstigeren Preisen anbieten. Optisch verändern sich die Gebäude jede zweite Ebene oder jede zweite Stufe, wobei höhere Ebenen ein moderneres und detaillierteres Aussehen haben. Es wird nochmal extra darauf hingewiesen, dass die niedrige Ebene beabsichtigt billig aussieht, während Gebäude dann auf höheren Ebenen eben deutlich detaillierter werden. Als letztes neues Feature gibt es die sogenannten Signature-Gebäude. Diese Gebäude stellen einzigartige Gebäude dar, die in die Kategorien Wohn-, Gewerbe-, Industrie- und Bürogebäude fallen. Jedes Signature-Gebäude hat spezifische Freischaltungsanforderungen, zum Beispiel verschiedene Fortschrittsmeilen, Bürgerzufriedenheit oder eine bestimmte Bebauungsdichte. Sobald ein Gebäude freigeschaltet ist, kann es überall auf der Karte platziert werden und ist einzigartig, aber dafür eben kostenlos. Signature-Gebäude haben positive Effekte, die von nachbarschaftlichen Vorteilen bis hin zu stadtweiten Auswirkungen reichen, wie zum Beispiel das Wohlbefinden der Bürger, die Anziehungskraft für Touristen oder die Verbesserung bestimmter Sektoren, wie zum Beispiel der Bildung. Ja, das war es schon wieder mit diesem Devlog von City Skylines 2. Ich finde die Neuerungen wirklich sehr, sehr cool und ich freue mich schon auf den Devlog nächste Woche. Nächste Woche geht es um die Service-Gebäude in City Skylines 2. Also, wenn ihr daran interessiert seid, lasst gerne ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben, bis dahin. Tschüss! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020